Willkommen bei Yvanulti Maus raus und ich zeige euch heute 24 Schmuckstücke von der Firma Paul Vellentheim. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, weil es ist tatsächlich sehr, sehr spannend, auch für mich, weil ich selber noch gar keinen Schmuck von denen hatte. Ich hatte nur mal so eine Source Price Pack, die hat mich aber nicht überzeugt. Und dann finde ich tatsächlich, ist sehr, 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 sehr spannend, diesen Schmuck zu öffnen, zu testen, auszuprobieren. Ich bin auch über euer Fazit. Habt ihr den gekauft? Habt ihr euch den gegönnt? 199 Euro hört sich viel an. Ich habe ihn aber über Weltbild Verlag für 169 mit einem Rabattcode geschossen. Den gibt es aber zurzeit nicht, aber ich denke mal, da kommt er noch mal wieder. Da gibt es aber nur noch Roségold und Edeschei selber. Bei Paul Vellentheim selber ist der im Moment ausverkauft. Das sind so ein bisschen Randinfos. Es ist immer ein Zertifikat noch so dran. Wenn ihr dieses hier entfernt, dann ist im Prinzip das Rückgaberecht für diesen Artikel erloschen. In dem Moment, wo ihr das abmacht. Und das finde ich aber auch völlig legitim, weil das beinhaltet, dass man es nicht angezogen hat. Wie zum Beispiel Ohrringe aus hygienischen Gründen. So sieht das Ganze im Inneren aus. Ihr seht das. Es ist sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Auch von den Farmen her, von der Gestaltung. Die Seite ist tatsächlich nicht richtig geklebt. Wenn man es ein bisschen nahe dran hält, sieht man, dass das locker ist im Gegenzug zu der anderen Seite. Aber 169 Euro ist ungefähr jetzt zum reduzierten Preis. Ich glaube, bei 7 Euro liegt der. Okay, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ja, ich bin tatsächlich sehr aufgeregt. Und wenn ich aufgeregt bin bei sowas, dann hat das was schon zu sagen, weil ich mir den echt lange gewünscht habe und bisher noch nicht gegönnt habe. Und das Ganze kommt dann nochmal in so einer schönen kleinen Box. Und die Sachen, die drin sind, die konntet ihr euch vorher schon spoilern, weil bei Paul Van Time unten an der Seite, da ist der Katalog abgebildet, also der Adventskalender. Und da ist dann, könnt ihr das so antippen, die einzelnen Türchen und schauen, was drin ist. Das ist die Nummer 1 und sie startet tatsächlich grandios, weil ich finde, so eine Kette wie hier, so ein schönes Leak mit einem Anhänger, der auch sehr schön groß ist, nicht zu dezent, aber trotzdem einzigartig, finde ich ganz, 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 ganz toll. Ihr könnt im Gegenzug auch, glaube ich, den hier abmachen. Moment, ich teste das einmal aus, ob der vielleicht noch abzumachen geht. Weil dann könntet ihr den auch ohne diesen Anhänger, genau, den könntet ihr theoretisch noch abmachen. Dann könnt ihr den einmal so tragen oder einmal mit dem Anhänger. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Und ich finde es eben, also ich finde, ich mache ja sehr viele Schmuck Adventskalender auch dieses Jahr wieder auf und es werden jedes Jahr geführt ein bisschen mehr. Und ich kann das dann nicht so gut vergleichen, wenn da, ich sag mal, so andere Beauty-Produkte drin sind und so weiter und nicht nur reiner Schmuck. Und das hier ist ein sehr, 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 sehr schönes Schmuckstück, wie ich finde. Mein Kanal ist ein bisschen anders. Also er ist ankert, das heißt, das Video wird einfach weiter gedreht, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, ein bisschen hapert. Dafür versuche ich aber trotzdem so kompakt wie möglich das Ganze zu gestalten, damit es ja nicht sich extra in die Länge zieht, nur dass ihr Bescheid wisst. Also wenn ihr jetzt hier so ein, zwei, drei Hack-Up habt, dann ist das leider hier der falsche Kanal, weil es ist ja zum Schluss auch etwas, was ich mir hier gönne, was ich euch zeigen möchte und wo ich total begeistert von bin, genau wie diese Ohrringe. Das sind kleine Kreolen, die aber auch nicht zu klein sind. Wir hatten ja jetzt schon mehrmals Advent-Kalender, wo die Sachen zu zu klein waren, mit einem kleinen Straschsteinchen jeweils drauf. Ich finde, ich mag das. Also ich finde das gar nicht so ein schlechtes Schmuckstück. Es ist genau richtig und deswegen finde ich es ganz gut. Ich werde aber nicht alles anziehen, da bin ich auch ganz ehrlich, weil dann dauert es einfach zu lange. Und ich habe es tatsächlich bei Weltbild bestellt vor ein paar Tagen und innerhalb von fünf Tagen war der bei mir, ne? Da habe ich so gedacht, wow, wie schnell sind die bitte mit dem Versand? Hammer, mega. Hier haben wir ein Schmuckstück, wo ich, Spoiler, also wie gesagt, da könnt ihr eben die Türchen anklicken, dann könnt ihr es sehen, wo ich zuerst gedacht habe, so ist nichts, aber ich finde tatsächlich, das macht zu viel her, mit diesem Eingliederung von diesem Armband, was ihr ja hier habt, dieses Muster und dann einfach nur diese Straschsteinchen. Manchmal ist weniger mehr. Also es ist schon in Richtung so edlen Schmuckdesign, ne? Ich weiß auch, dass manchmal so ein bisschen die Kommentare reinkommen, das ist nur Modeschmuck oder so, aber das empfinde ich nicht so, weil es ist für Allergiker geeignet. Es ist meistens wasserfest, es ist langlebig. Ihr müsst euch da nicht bemühen, dass das irgendwie anlaufen kann oder so. Es ist ganz, ganz pflegeleichter Schmuck und eben schön hochwertig und ich kaufe eben zur Zeit keinen anderen Schmuck als diesen Schmuck. Ich möchte auch das immer so halten, dass ich die Sachen kaufe, wie ich es mag. Die Nummer 1, 2, 3, 4, sieht dann so aus. Ganz schön ist das, dass das so ein bisschen schimmernd ist, die 4, ne? Das ist total gut gemacht, finde ich persönlich. So. Die hier ist tatsächlich eine, die mit der Grund war, warum ich es mir gekauft habe. Und zwar ist das eine Kette, ich muss sie nur einmal ordentlich richtig legen, die mit so einem richtig dunkelblauen Strasssteinchen ist. Aber so richtig, richtig schön. Ich mag es. Ich hätte hier vielleicht noch eine andere Kettengliederung gemacht, ebenso ähnlich wie in Nestleak, nur noch dünner. Das hätte ich tatsächlich auch sehr, sehr inspirierend gefunden. Trotzdem finde ich diesen Schmuck echt toll. Und einer der Gründe auch, warum ich das wirklich bestellt habe, weil ich gesagt habe, das ist wieder was Besonderes. Es ist schlicht, es ist schön und ich mag es. Kleinen Moment, jetzt hat sich hier was verhakt. Kleinen Moment. So, so sieht das Ganze dann getragen aus. Es ist also ein ganz dezenter, kleiner, feiner Schmuck. Und ich mag dezent. Es ist immer die Sache, wie inspirierend finde ich das. Und das finde ich richtig, richtig schön. Die Nummer 5. Aber ich gebe auch zu, ich bin ein bisschen voreigene Mann. Das ist ein paar Wellenheim, ehrlich. Mein Gott. Da freue ich mich wirklich drüber, dass ich den jetzt gekauft habe und dass ich den tatsächlich mal hier zeigen kann. Und alle, die mich hier nicht kennen, ich mache natürlich auch andere Sachen hier bei YouTube. Ich mache manchmal so Surprise-Boxen. Und dann ganz viele Schmuckhörer-Videos. Das ist Adventskalender und natürlich, und das verschweige ich auch nicht, mein Lieblingsthema eben Disney, aber eben so, wie ich es schaffe. Das ist auch wieder hier. Das ist schon genial. Das ist nämlich im gleichen Design, wie die Kette, die ich gerade eben anhatte, die ich extra ausgezogen habe, jetzt hierfür. Und jetzt kommt ein passendes Armband. Ist das nicht bitte hübsch? Ein kleiner Strassstein, aber in dieser eckigen Form, wie auch diese Kette hier. Ich habe sie ja hier liegen. Und dann das passende Armband dazu. Da hast du direkt komplette Kollektionen bei. Also ich finde es tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und dann sind wir bei der Nummer 6. Und gar nicht so schlecht, das ist eigentlich schon absolut begeistert. Die 6 ist ein Riesentürchen für ein kleines Päckchen. Ich finde das... Oh Mann. Ja, weil ich immer denke, das ist ja alles leer hier. Aber hier gut, ne? Das ist ja auch ein Schmuck Adventskalender. Alles gut. Was ist irritiert? Immer so Riesenboxen. Aber das liegt auch daran, dass sie natürlich die anderen Produkte hier mit Barbour und, was war das? Witwills und so. Rituals. Die haben sie ja auch hier drin. Da hast du so einen Flyer hier an der Seite. Den kriege ich aber gerade nicht raus. Und da stehen alle Firmen drin, glaube ich, die mitgemacht haben. Bei dem 12. Oh. Gut. Das ist ein Ring. Ringe. Kann ich immer wieder nur bemängeln. Ich weiß nicht, welche Gruppe das anspricht und ob es die meisten Gruppen anspricht. Ihr könnt diese Ringe auseinander ziehen und könnt sie dann tragen. Ich könnte diesen Ring niemals an meinem Ringfinger tragen, sondern eher an meinem kleinen Finger. Das habe ich aber bei fast jedem Adventskalender, dass tatsächlich diese Universalringe, die sie zum Schluss sind, für mich nicht tragbar sind. Da wäre es empfiehlt, zumindest zwei größeren, zwei Größen zu machen. Also für eine kleinere oder für eine größere Hand. Einfach, weil doch nicht alle Hände gleich sind. Und selbst wenn ich es auseinanderziehe, wird es dann zu locker von dem System. Also tatsächlich, leider kann ich sie nicht tragen. Selbst wenn ich sie tragen wollen würde und es ist sehr schade um den Artikel dann, den ich gerne behalten hätte. Die Nummer sieben. Aber ich liebe die Firma. Ich habe da auch immer eine Endlostliste, was ich eigentlich von denen haben will. Aber ganz ehrlich, ich komme da gar nicht zu. Ich habe ja noch viele andere Listen, was ich so brauche. Die Nummer sieben. Das ist hier so ein Knisterpapier. Oh, das ist schön. Und zwar habt ihr da Ohrringe drin. Und zwar sehen die so aus. Es sind kleine, dezente Baby-Ohrringe, sage ich mal. Also so, A-Wounder, schon ein bisschen schicker. Ich sage mal, abends für die Disco oder so. Aber, ich finde sie nicht schlecht. Also ich finde sie okay. Also ich mag das dezente schon bei denen. Also ich finde schon, dass das mich jetzt persönlich anspricht. Aber es kommt auch immer auf den Schmuck. Die Machtart, wie das gemacht ist, finde ich eigentlich ganz gut. So, die Nummer acht hätten wir dann. Ich gucke einmal kurz, wo ich sie finde. Manche Zeilen kannst du nämlich auch hier gar nicht lesen. Weil das dann so, seht ihr das? Das ist nur so ganz leicht reingestampft. Und hier ist ja jetzt wenig Beleuchtung, weil ich hier einmal es stockend finster habe, wenn ich die Videos drehe. Damit natürliches Licht einbällt. Und von daher ist das ganz witzig, weil ich habe hier weder so eine Lichtquelle an, noch habe ich hier Softbeleuchtungen, damit das irgendwie was ein- oder ausblendet. Und alles nicht. Das wird so gedreht, wie es ist. Oh, das ist eine Kette. Okay. Ich halte es euch hoch. Die Kette sieht im Ganzen so aus. Das ist wie so eine Uhr. Ich muss es mir einmal kurz selber angucken. Klein Momento. Ja, wie so eine Uhr, wie so ein Zeiger. Und dann mit ganz vielen kleinen Strasssteinchen. Sechs Stück insgesamt. Das finde ich sehr, 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 sehr hübsch. Gefällt mir absolut. Also ich kann tatsächlich im Moment meine Begeisterung dafür nicht verbergen. Die ist jetzt ein bisschen länger. Ihr seht das. Also länger als diese. Wobei das auch wieder variabel ist. Ihr könnt die noch länger einstellen. Es ist eine schöne Basic-Kette mit einem tollen, auffälligen Anhänger. Also sowas liebe ich. Gut, dann sind wir bei der Nummer 9. Und ich weiß es nicht. Ich gucke ja selber sehr viele diese Videos. Auch wirklich hier mit Spurke. Und wer bringt was und wer hat was und so weiter. Und ich glaube, ich habe so ziemlich jedes Adventskalender-Video geguckt, was jetzt an neuen Adventskalendern raus ist und so. Ich liebe es einfach. Ich lasse mich da auch mitziehen. Führt aber dazu, dass ich mir viel zu viele auch selber kaufe. Das ist ganz schlimm. Ehrlich. So, die Nummer 9 ist passend zu einer Kette, die ich hier vorne auch schon frage. Und zwar die 9 beinhaltet ein Armband in der Farbe Blau. Auch wieder mit so einem einfachen Steinchen. Wobei ich sagen muss, dass das Armband jetzt nicht zu 100% meins ist. Warum? Weil es dafür schon sehr, sehr, es ist ja im Prinzip das gleiche wie die Kette. Ich halte es euch mal so hoch, dass ihr das sehen könnt. Da ist mir aber dieser Strang auch wieder ein klein bisschen zu dünn, dass nur dieses hier auffällt. Also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich finde, es hätte schon ein bisschen breiter sein können. Aber das hätte ich ja bei der Kette hier auch so ein bisschen. Aber hier sieht es eigentlich, finde ich, sehr gut aus. Aber so ein Armband hätte ich vielleicht anders gemacht. Ja. Am besten wäre, wenn ich mal meinen Adventskalender kreiere. Kann ich zwar nicht bezahlen, aber wäre schon ganz gut. Die Nummer 10. Aber ich glaube, das wäre dann auch schon wieder zu speziell für viele Leute. Weil viele möchten natürlich in diesen Adventskalendern auch basic, um die Firmen auszuprobieren. Weil wenn du wirklich nur so, ich sag mal, Krachereien machst, so außergewöhnliche, dann ist es schon sehr speziell für eine Gruppe. So, die Nummer 9. Oh, die war inhaltet Ohrringe und zwar tatsächlich größer, als ich mir das vorgestellt habe in den Produktionsbildern da. Schaut mal bitte diese hier. Das sind richtig große Ohrringe tatsächlich. Also ihr werdet auch keinen Adventskalender in meinen Augen finden, der tatsächlich zu 100% euch in allen Punkten gefällt. Also es wird immer so das ein oder andere geben, wo ihr sagt, okay, das trage ich vielleicht nicht so. Aber dann gibt es doch weiter Verschenktes. Schaut, wem in eurer Familie das steht, wem das gefällt und so weiter. Was hier besonders dran ist, ist, dass das hier auch nochmal so einen kleinen Streifen durchzieht. Also so ein bisschen verschnörkelt ist, was mir schon wieder sehr, sehr gut gefällt. Ich finde das tatsächlich sehr toll. Bin aber überrascht tatsächlich. Und das kann ich auch mal sagen, wie leicht die Dinger sind. Die wiegen wirklich nichts. Also ich habe bisher, glaube ich, kaum Schmuck gehabt, der so extrem leicht war, wie diese Kreolen. Ihr seht das, die sind schon sehr, 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 sehr groß. Also können wir anprobieren. Können wir gucken, wie groß sind sie tatsächlich. Ja. Aber unfassbar leicht. Also ich weiß nicht, wo dran das liegt, welches Material war. Aber es ist eigentlich Edelstahl mit Vergoldung. Aber das ist unfassbar leicht. Schaut mal bitte, wie groß die sind. Und die sind schon ein Hingucker und dann mit diesem kleinen, zarten Muster, was so durchgeht. Also es ist ja einfach nur so ein ganz, ganz leichtes, zartes Muster drin. Ist schon sehr interessant. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gehabt mit so einer Kreole, die dann ein Muster drin hatte. Interessant. Gut. Die 10, dann sind wir bei der 11. 11. Da seht ihr das, die ist schon groß, aber sie kann eben, sie ist überhaupt nicht schwer. Sie ist total leicht. Was vielen gefällt, weil ich finde manchmal diese größeren relativ schwer. Das ist dann auch schon echt anstrengend zu tragen. Was wir hier wieder drin haben, ist ein Universalring. Sieht im Ganzen so aus. Es sind zwei rechteckige Strasssteinchen, die dann ineinander gedreht sind. Und tatsächlich, wenn ich den jetzt auseinander, dann trennt sich das doch voneinander. Wenn ich das jetzt, ja. Ich finde das schade, weil dann geht ja dieser Effekt hier weg. Und dann hast du so auseinandergezogen. Ja gut. Ich kann es euch nur auf dem Ringfinger wieder zeigen. Sieht im Ganzen so aus. Es ist schön, es ist fein, es ist dezent. Aber der Ring überzeugt mich leider nicht ganz, obwohl ich den sehr, 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 sehr schön finde. Ja. Dann haben wir die 12. Einmal wieder geschrieben. Hier, jetzt bin ich wieder langsam ruhig, ne? Also, am Anfang. Aber das liegt auch daran, ihr müsst mal überlegen, wie oft ich etwas versuche. Zu drehen. Also, gerade der Anfang ist das Schwierigste. Wenn ich mich jetzt in dem Video verplappere, dann ist das einfach so. Und wenn ich etwas falsch benenne, dann ist das einfach so. Aber gerade, wenn der Anfang nicht perfekt ist, das ist ein absolutes K.O.-Kriterium für mich. Dann geht direkt neu gedreht, neu gedreht, neu gedreht. Und das so oft, bis das Ding sitzt. Okay. Da ist ja zum Beispiel kein Anhänger dran. Doch? Nein. Jetzt mal besser Produktionsbilder geguckt. Es ist eine einfache Kette, aber so einfach ist sie dann doch nicht. Aber guck mal, das Muster, wie schön ist denn das bitte? Und es ist tatsächlich hier wie so eine gefasste Perle drin. Klar, nicht jetzt eine Perle selbst drin, aber eben ein Kügelchen ist da drin. In diesem Muster drin verarbeitet. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, der ganze Adventskalender muss bei mir bleiben. Außer die Ringe. Was ja schade ist, weil ich mag, ich hätte gerne auch mal, ich habe mir so viele Adventskalender bisher gekauft. Und ich kann kaum einen Ring behalten in den Adventskalendern, weil sie immer alle zu klein sind. Ich mache mal das weg, dass ihr das sehen könnt. So sieht das Ganze aus. Ihr könnt es natürlich auch wieder individuell in den Größen verstellen, aber so würde es zum Beispiel jetzt bei euch aussehen. Das finde ich richtig, richtig hübsch, richtig niedlich. Toll. So, ich glaube, das wird heute so ein Schwärm-Video für Paul Wendheim. Ja, manchmal kommt es unverhofft. Nein, ich weiß ja, was das für eine gute Marke war. Aber von den Produktionsbildern hätte mich das gar nicht so angesprochen. Und jetzt, wo ich die Sachen hier habe, finde ich sie tatsächlich viel schöner als auf den Produktionsbildern. Und das finde ich doch sehr überraschend. Ich habe auch noch mehrere Sachen. Also ich habe, glaube ich, noch neun Adventskalender bestellt, die aber alle noch nicht versendet worden sind. Außer der hier. Aber es sind nicht alles hier Schmuck. Das hier ist so ein Ohrringer. Tatsächlich sind die auch schon wieder anders, als ich mir die vorgestellt habe. So was in der Art gibt es von anderen Firmen immer in ähnlicher Variation. Die Welt erfindet sich ja nicht neu. Aber sie sind relativ klein. Ich habe sie tatsächlich gedacht, die wären viel, 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 viel größer. Und das Muster ist auch sehr spannend da drin. Also ich finde das tatsächlich sehr süß. Ja, ich finde sie sehr niedlich. Die werde ich jetzt nicht anprobieren, weil ich gerade mal vor bin, dass ich große Kräuelen tragen kann. Weil sie mir sonst eigentlich immer zu schwer sind. Aber Hammer, richtig, richtig schön. So, dann haben wir die 13, die 14, ne? 14. Kleinen Moment, ich suche. Oh Gott. Ich bin immer erstaunt, wenn ihr so einen Adventskalender guckt und dann die größten Boxen tatsächlich nicht findet, obwohl da die Nummer drauf steht, ne? Unglaublich. So. Ja, das Video ist jetzt gleich schon wieder vorbei. So viele Türchen haben wir ja jetzt nicht mehr. 15 sind wir. So ungefähr Halbzeit. Aber ich glaube, wenn ihr das euch kauft, könnt ihr da einen echt guten Deal mitmachen. Schaut mal bitte, das ist das Armband, was hier drin ist. Es hat ein ganz, ganz zartes Muster und eine ganz, ganz zarte Gliederung. So was in ähnlicher Art habe ich schon öfters gesehen. Trotzdem finde ich das echt schön. Aber es ist mir ein bisschen zu, zu dünn. Basic. Aber trotzdem, das Muster ist natürlich sehr schön und es passt ja schon ideal zu dieser Kette hier. Das muss man einfach so sagen. Die 15. Okay. Wenn ihr so durch das Papierchen schaut und dann denkt, oh, die sind aber mal wieder groß. Okay. Ja gut, dann habe ich die hier gesehen. Okay, dann ist alles soweit klar. Ich habe die hier gesehen. Schaut mal bitte, wie groß die hier sind. Das sind richtig große Kreolen. Wir ziehen die mal im Gegenzug die hier aus. Auch wieder super leicht. Also es sind absolut keine schweren Kreolen. Die sind noch mal ein Stück weit größer als die von gerade, die ich getragen habe. Ihr seht das? Ja. Genau. Tatsächlich, das hier ist jetzt ohne Muster. Das andere ist mit Muster. Aber wirklich richtig, richtig leicht. Es sind alle Ohrringe. Ich bin tatsächlich überrascht, weil ich das so überhaupt nicht kenne. Wirklich. Krass. Jetzt hoffe ich noch mal auf ein paar Ohrringe. So, was hatten wir? 14, 15. Kleinen Moment. 16. Und wenn ihr Adventskalender gekauft habt, und ich weiß ja, dass ihr euch Adventskalender gekauft habt. Ich habe ja schon vorab gespoilert, wie Eikwasch und Co. kam und habe auch schon dementsprechend unter den Videos, ich habe zum Beispiel den Puvillet, ich habe den Eikwasch. Schreibt doch mal drunter, welchen ihr habt. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt den Gold haben wollt, dann schaut mal, wenn die ganzen Adventskalender versendet sind, ob ihr da vielleicht einen WeStock bei PowerValentime selber habt oder ob es dann eben irgendwo verkauft wird. Das hier ist jetzt wieder eine Kette, auch wieder ein bisschen, tatsächlich finde ich, dass wenn sie Basic-Kette machen, dass das sehr, sehr ansprechend ist. Es ist nicht eine normale Standard-Basic-Kette, sondern eine richtig schöne Basic-Kette mit einem schönen Muster, ein bisschen auffälliger. So etwas mag ich, so etwas liebe ich, das wisst ihr. Und von daher finde ich sie gar nicht so schlecht. Also es ist wirklich hier so richtig schön reingegliedert. Gefällt mir auf jeden Fall. Aber sie scheint sehr kurz zu sein. Wir probieren es aus. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich erwirke mich. Ja, sie ist deutlich kürzer als die anderen. Und dann, wenn wir das hier so drehen, habe ich aber hier noch Verlängerung. Es müsste nicht so kurz sein. Ich habe es jetzt nur in der Einstellung so. Trotzdem, schön, wenn ihr das miteinander... Wenn die hier noch ein bisschen länger hätte, dann hätten wir die perfekte Kombination, finde ich persönlich. Dann die 16, dann die 17. Wieder ein größtes Türchen und der Kalender ist gleich schon leer. Es ist jetzt so eine Woche knapp vor Weihnachten. Jetzt sind so die letzten Aufregungen. Das meiste habt ihr schon ausgefasst. Ich bin so gespannt. Schreibt auf jeden Fall drunter, wenn ihr euch den hier bestellt habt. Und wenn ihr es geöffnet habt, sagt auch nochmal Bescheid, wie ihr den empfunden habt. Etwas, was auch gespoilert worden ist, sind diese Ohrringe. Sie sind so, ich weiß gar nicht, so ineinander in sich gedreht ist das. Das ist, als ob die hier angefangen hätten, das zu drehen und dann hoch gedreht haben. Hinten ist ein ganz anderer Verschluss als sonst. Das liegt daran, dann können wir das mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie man den abkriegt. Ich teste es aus. Okay. Das sagt mir überhaupt nichts. Den Verschluss hatte ich glaube ich noch nicht. Schaut mal, das ist so ein Verschluss. Aber ich weiß ehrlich gesagt, bevor ich das jetzt kaputt mache, lassen wir es lieber so. Dann tun wir es jetzt mal so zur Seite. Ich mache auch meistens dann für Instagram oder so. Auch wenn ihr mich fragt, irgendwie Bilder oder so, dass ihr das dann da nochmal sehen könnt. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich da jetzt zu hart dran ziehe und das Ganze kaputt geht. So, dann haben wir das große Türchen gehabt und suchen die nächste Tür. Seht ihr das? Das könnt ihr kaum lesen, ne? Wahnsinn. Jetzt habe ich gerade erst gedacht, ja komm, können wir nochmal Ohrringe anprobieren. Aber das sind die so. Mit so einem Verschluss, der tatsächlich sehr, sehr schwer aufgeht. Ist natürlich vom Vorteil, dann geht er auch beim Tragen nicht so schnell ab. Kleinen Moment, da ist was gefallen, Augenblick. So, da haben wir einmal das Armband. Es ist in der selben Optik wie tatsächlich die Kette, die ich trage. Und zwar ist das die längere Kette, nicht die kürzere Kette. Ich zeige es euch mal einmal so. Das ist natürlich wieder richtig, richtig toll. Ihr habt so richtig Kombinationen davon. Also ihr habt richtige Sets, so Ketten, Armbänder, dann ein paar Ohrringe. So richtig klassische Basic, die ihr dazu eintragen könnt. Passt auf jeden Fall. So, dann die 19, 18, 19. Das ist meine Katze, wenn mein Mann von seinem Büro da runterkommt. Die himmelt den so sehr an. Das ist schon echt heftig hier. Die liebt den. Abgöttisch. Ich glaube, wir haben hier wieder einen Ring drin. Weil das so klein aussieht. Also ich muss tatsächlich, wenn ich die Ringe immer sehe und die sind so klein, dann muss ich echt an Kinderringe denken. Weil das ist ja nicht normal. Der Ring selber ist natürlich unfassbar schön. Er ist ineinander geschnörkelt. Er hat komplett so Strasssteinchen, Verzierungen, die komplett durchgehen hier. Seht ihr das? Das ist richtig, richtig schön. Und so ein Ring wäre zum Beispiel einer, wenn er mir passen würde, würde ich den auch behalten. Aber es ist, wie es ist, die Wann. Es ist, wie es ist. Da können wir wieder nur den Ringfinger für euch anbieten. So sieht das Ganze getragen aus. Es gefällt mir. Ich finde es schön. Auf jeden Fall top. Wenn er nicht so klein wäre. Und ich würde mir im Normalfall, wenn ich jetzt nicht YouTube machen würde, wahrscheinlich gar nicht so viele Adventskalender kaufen. Sind wir mal ganz ehrlich. Das liegt auch wirklich daran, dass ich die Möglichkeit habe, euch das zu zeigen. Und solange mein Kanal so gut läuft, wie er läuft, gerade um die Adventskalenderzeit und aufgeht, sage ich mal, wie so ein kleines Sternchen, ist für mich auch alles in Ordnung. Aber natürlich muss ich immer schauen, weil ich es selber bezahle. Hier habt ihr nochmal passend zu diesem Armband, was wir hatten, nochmal eine Kette, auch wieder mit einem blauen Stein. Diesmal in so einem eckigen Design. Was auch wieder sehr schön ist, weil es ist eben nochmal ganz anders. Es ist ein bisschen mehr Goldton. Mir gefällt das sehr gut. Also ich finde das sehr schön. Und es ist eben mit dieser blauen Farbe, passend zu diesem blauen Adventskalender, auch eine sehr, sehr schöne Idee, einfach die Farbe nochmal reinzukombinieren. Auf jeden Fall tipptopp. Können wir ja mal kurz im Vergleich zeigen. Kleinen Moment. So sieht das Ganze aus im Vergleich. Es sind beide schön, es haben beide ihre Highlights. Ich bin immer so ein bisschen mit diesem Strang, bin ich immer nicht ganz so zufrieden, weil er einfach mich an diese ganz einfachen Ketten erinnert. Aber ich finde es trotzdem total hübsch. Also ich mag diese blaue Kombi drinnen. Gut, dann haben wir jetzt die 21. Ich öffne zum ersten Mal vor dem Zeitpunkt. Also ich fasse das tatsächlich nicht. Ich habe mich auch so mega auf den gefreut. Also von einem Adventskalender, den ich öffne, war der auch wirklich auf einer meiner Topflichten, wo ich gesagt habe, wow, wenn der mal kommt, mache ich drei Kreuze. Also passend zu dieser Kette, die ich in Kurzform habe, gibt es auch nochmal passend ein Armband dazu. Ich finde gut, dass sie diese Kombinationsmöglichkeiten haben. Auch zwei verschiedene Blautöner in Ketten, zwei verschiedene Ohrringe in Größe, dass man sich nochmal auswählen kann, je nachdem, was einem besser gefällt. Manche mögen es richtig große Ohrringe, manche lieber kleinere. Also es ist eine bunte Mischung bisher von allem hier drinnen. Gut, die 22. Ich habe das extra so gemacht, dass ich den leer mache, damit ich kein Türchen vergesse. Damit ich direkt sehe, dass auch alle Türchen geleert sind und ich nicht zum Schluss denke, okay, ich habe irgendwie was doppelt oder dreifach gemacht. Führt natürlich dann auch zu Chaos auf dem Tisch, ganz ehrlich. Den Tisch von mir wollt ihr gerade nicht haben. Es sind wieder Ohrringe. Oh, die sind süß. Ich glaube, dass ich so ähnliche verkürzene Adventskalender hatte, sage ich mal so. Es sind ganz, ganz kleine Feine, die dann mit so einem kleinen Muster drin sind. Ich halte es mal ein bisschen dran. Seht ihr das? Moment. Der zoomt gerade nicht richtig. So sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht. Also so Ohrringe hatte ich im letzten Adventskalender. Die habe ich dann auch nicht behalten, obwohl ich das Muster an sich ganz niedlich finde. Aber es passt zu diesen beiden Ketten hier definitiv. Es sieht wahrscheinlich in Kombination mit den Ketten total schön aus. Ja, mega. So. Ich habe gerade auf die Uhrzeit geguckt. Ehrlich gesagt, dauert es länger, als ich gedacht habe. Aber dann müssen wir durch. Dann muss ich durch. Dann müssen alle durch. Und wenn ich, dann ist das so. Oh Mann. Und weil normalerweise gehen die Videos gerade mit Adventskalender meistens nur so 25 Minuten. Werden ja dann auch oft geschnitten. Also normalerweise schneiden die Leute die Videos. Ich lasse es durchlaufen. Und denke gerade, okay, das Video wird zu lang. Ihr habt nochmal eine Alternative zu der Kette, die ihr schon am Anfang hattet. Ihr wisst das, wo ich gesagt habe, die ist Leak. Da habt ihr jetzt nochmal so einen richtig schönen Sechskant-Anhänger. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Ich finde auch die Kette sowas. Ich mag diese gedrehte Art bei dieser Kette. Das ist super, super schön. Würde ich tatsächlich auch so tragen. Also ihr könnt ja hier auch wirklich mit dem Schmuck jetzt sowohl klassische Sachen wie auch jetzt so Mix-Sachen tragen. Also das reicht locker das ganze Jahr, dass ihr euch hier diesen Schmuck kauft und dann den ganzen Jahr auch tragen könnt. Ihr seht das. Es ist die perfekte Kombinationskette zu dem Ganzen hier. Wenn ich den jetzt hier abmachen würde, würde das eine schöne Linie geben. Das gefällt mir sehr gut. Und dann sind wir auch schon beim letzten Türchen und das ist die Nummer 24. Das ist das allerletzte Türchen. Und ich weiß nicht, was da noch drin sein kann. Aber ich finde die echt schön. Richtig, richtig toll. Das müsst ihr euch jetzt mal wegdenken. Aber richtig, richtig toll. Ohrringe ziehe ich in den Videos oft nicht so an, weil die einfach ein bisschen lange dauern, bis sie dran sind. Aber ich muss sagen, dass viele dieser Schmuckstücke mich echt überzeugt haben und ihr auch echt sage, so sehr, sehr schön. Noch eine Kette? Okay. Ihr habt hier noch mal eine Kette. Schaut mal bitte. Das ist krass. Ach, ist das die hier? Ja. Und zwar hatten wir am Anfang des Adventskalenders einmal ein Armband genau in dieser Optik. Und dazu habt ihr die passende Kette. Wie süß ist das denn bitte? Also ganz ehrlich, der Kalender ist ein Volltreffer. Tatsächlich. Ich finde, alle Sachen, die hier drin sind, ich glaube ein, zwei Sachen waren jetzt nicht unbedingt das Nonplusultra für mich. Muss es aber nicht sein, weil ich immer dazu sage, es ist doch sehr schwer von allen den kompletten Geschmack in einem Adventskalender zu packen. Das ist für mich gedacht sehr unmöglich. Aber ich fände das hier echt schön. Wunderschön. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr den Adventskalender haben wollt, dann kauft euch den. Also ich, die ja jetzt schon über Jahre Adventskalender aufmacht, kann diesen hier nur empfehlen. Und das ist unbezahlte Werbung. Da müsst ihr auch immer drüber nachdenken. Also ich hole mir die Sachen selber und ich bin begeistert. Wenn das jetzt noch so ist, wie ich es mir vorstelle, von der Qualität, von dem, wie es ist, top. Also das ist einfach nur richtig, richtig schön. Ihr seht das jetzt sind natürlich jetzt mehrere Ketten übereinander gehangen und so weiter. Aber ihr könnt das alles miteinander kombinieren. Es ist total das Highlight. Ich bin begeistert. Ich werde morgen noch mal ein Fazit drunter packen, ob ich morgen genauso denke wie heute. Aber für heute hat mich dieser Adventskalender tatsächlich gekecht. Ich finde ihn total süß. Das, was mich stört, ist tatsächlich, dass er hier so an der Seite so extrem aufgeht. Aber trotzdem. Insgesamt. Aber das geht jetzt hier auch. Auf der anderen Seite geht das jetzt gerade auch so los. Dann wird es vielleicht gar nicht festgeklebt sein. Und es ist einfach so ein Material, was sich so ein bisschen dehnen soll. Ja gut. Okay. Vielleicht auch damit man einfacher diese Packungen alle rausholt. Das wäre natürlich auch sehr sinnvoll. Gut. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bin gespannt auf euer Feedback zu diesem langen Video. Es tut mir sehr leid, dass dieses Video sehr lange dauert. Aber ich kann da nichts ändern. Ich packe es aus. Ich muss gucken. Ich muss euch erzählen und so weiter. Und zum Schluss mache ich das ja auch wirklich für mich. Das ist mein Moment. Und ich genieße es. Ich sage Dankeschön. Und tschau tschau. Ich sete sini component.